Was ist denn das? Warum bin ich wieder da? Hallo, ich liege hier am Boden, weil ich nicht wusste, dass ich hier was machen Oder hat das jetzt neu gestartet? Hat das jetzt neu gestartet? Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Also sie bleibt jetzt anscheinend immer bei mir. Sie bleibt jetzt anscheinend bei mir. Und ähm... Wir müssen... Wir müssen... Ach so! Das wird hier runtergeworfen und dann können wir da rein. Ich glaube, es geht nochmal neu los. Da hat das einer gedroht. Ja, dann... Hol das mal. Der bringt das da jetzt an. Und dann... Wer... Wo... Wo... Wo liegt der denn da? Wo liegt der? 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 Oh! Ich will jetzt mal schreiten! Äh, wird mir geholfen? Nee, mir wird nicht geholfen. Irgendeiner sollte mir vielleicht helfen, oder der andere, der... Ist der andere jetzt tot? Oder gegangen? Somebody help Jimmy! Ah, Mann! Mann, wo, 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 wo sind die denn? Wo sind denn die scheiß Scharfschützen? Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Geh weg von da! Das Seafor wird blöde! Es ist ein schönes Baum, und wir werden es machen! Nicht schau, Mann! Der Helikopfer kommt für den Baum jetzt! Dann rennen wir rein! Na, ob das so toll ist... Ob das so toll ist... Ja, dann macht doch mal was... Ja, wenn wir Medic hätten, wäre das gar nicht mehr so... ...flecht. War nicht hier 11? Naja, anscheinend nicht. Äh... Okay... Vielleicht kann der besser besser als wir. This tree is going to fly, my friend! Also, wenn ich jetzt gleich niedergehe, dann bin ich... Wo ist der mit dem... Wo ist der? Ah! Hilft mir einer? Ich glaube, der versucht mir zu helfen. Hat ja noch ein bisschen Zeit. Der kommt ihr in. Let's make like a tree and leave, my friend. Thanks! Anna! Ich bin ein bisschen dabei, Alk! Ich weiß, dass das ein Schaden ist zu lieben, sondern du musst ihn wakeen. Oh Mann! Oh Mann, der Unterschied der Schuss. und so viel da ist tot den Juwelier wo war der hin? oh hat einer von uns die Tasche hat einer die Tasche die Tasche Mann ah wo 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 was ist da mein Freund als ihr wisst ich bin sehr sentimentale über Weihnachten und wir waren da ohne die Kokain das war aber auch schwer ja naja wir haben ein bisschen schon Bargeld gefunden und ähm ja wir warten jetzt hier auf den Server ein bisschen steigen wir auf war aber auch schwer ähm ähm ich krieg Geld naja der kriegt ne Maske achja mal gucken bisschen spielen wir noch ne ja ach der ist jetzt eins ja äh in Inventar können wir auch mal reingehen und gucken naja ne äh wobei vielleicht doch hier ähm so ein Medic weg ich weiß zwar noch nicht so genau wie man das benutzt aber vielleicht äh sollten wir mal so ein Medic Set äh mitnehmen die anderen gucken noch in den Inventar rum was hab ich denn für ne Maske auf ist aber ganz komisch naja ähm ich weiß nicht ich bin ja jetzt ja auch glaube ich gar nicht Dallas also sonst spiele ich ja immer Dallas aber ich glaube in ähm Multiplayer spiele ich glaube ich nicht Dallas und irgendjemand hat mich mit Rot und Blau und Gelb und so angeschrieben das hab ich aber nicht mitbekommen und der hat gesagt was man dann über Chat dann halt ähm was man dann da machen muss ich weiß gar nicht also jetzt hier zu gucken wie man chattet ist ja nicht so äh schwer in Fertigkeiten Fertigkeiten was ist denn Fertigkeiten hab ich das auch? hm ja vielleicht gibt's jetzt hier auch einen Cut oder irgendwas der ist jetzt wieder in den Inventar der ist jetzt bereit also vielleicht mal jetzt hier zu Schluss und dann kommt gleich noch ein weiteres äh äh vielleicht ich weiß nicht wie das dann da so zusammenkommt ich spiele jetzt einfach ein bisschen und schneid das dann da vielleicht irgendwann zusammen ich weiß noch nicht wie groß die Datei wird ähm seid ihr bereit? such den nett komm mit ja und die anderen beiden hä? warte auf Server ach jetzt warten die auf Server muss das irgendwie einer dann da so Bankraub. Sollen wir leise machen? Hm, ich weiß nicht, ob die das verstanden haben. Naja. Ja, mal gucken, wie das hier mit dem Banktresor läuft. Die Karte kenne ich auch noch nicht. Ich bin anscheinend Bo-di, Bo-di, Bo-di oder irgendwie das, naja. Dann gibt's noch Jimmy. Jaaaa. Hm. Was ist mit den anderen beiden los? Auf der Blaupause einkaufen? Ich kann nicht einkaufen. Also ich weiß nicht, was das ist. Also... Das heißt, die kaufen noch irgendwas anscheinend. Nö, wer kauft kann nichts. Das muss ich gerade sagen, ne? Ich sag das ja nur... Ich sag das ja nur, weil ich nicht weiß, wie sich's geht. Ich weiß nicht, ob der ist, äh... Ich weiß nicht... Naja.... Ähhhhhh... Warum sind wir denn nicht bereit?